oh fuck 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 nur platzangst ja meisterlich was soll das irgendwo hier drüben war es also okay sehr gut na super das spielt nämlich auch mit okay so geht's nein 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 ach das ist ja ein feind mach den gucki okay ähm dann hauen wir das schnell in die Ausdauer rein ja jetzt stirb du blöder kack Mutant so wo bist du hier kriegst ein Stimpack leiden leiden und looten leiden leiden und looten jetzt hab ich gedacht da oben feiert einer was ha ja ja solange du nicht runter kommst ist alles okay mein großer was haben wir denn hier alles uninteressant fusionszellen grundgucken lasergewehr den hammer nehmen wir auf jeden fall erstmal mit whisky vor wir hier weiter laufen oh mentos also ja für mich ist das mentos geil so was haben wir denn hier drin Personalaktion Briefing okay ich geh das nochmal durch einfach so als ob hier irgendwas auf der Karte aufgetaucht oder sonst was ist Türfernsteuerung schließen nein das wollen wir nicht das haben wir gerade gemacht das Briefing hat man glaube ich auch schon ja ups Personalakte wie gesagt ich geh das nur ganz fix durch okay gut weiter geht's ha was ist ja ja ok nö Telefonnummer auf jeden fall mit was haben wir hier tup 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 wir gehen ja schon wieder hier durch hätte ja klappen können das wieder per Zufall Glück haben hier aber nein Fortuna mag uns nicht okay dann hacken wir einfach wieder in Ruhe durch und na wenigstens dass ich die drei äh Versuche wieder bekomme ah 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 nein nein auch nicht ach ist das anstrengend immer mit der Maus weil manchmal verrutscht die okay ähm ähm ja also ha sehr schön Memo an Lehrkräfte und Mitarbeiter ja ok das ist vollkommen egal ja warum das in englisch ist verstehe ich nicht so was haben wir hier fusion äh zündrüstung vergrößert die korrekte was ach so vergrößert den bereich von knacken der schlössern ja ja ok und ein laser scharfschützengewehr ja was du oben oder unten bist du ähm das war jetzt auch nichts aber erste hilfe pakete können wir mitnehmen das ist nur einer von uns überleben und das nicht du sein ach nein wirklich nicht zwing mich nicht diese Müll hier zu durchwühlen ha 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 Halt cool ne testerspule ähm auch wieder ja ja ok das ist immer also Memo wahrscheinlich ähm Lasergewehr Planke ist immer gut alles für Holz ja in der Wirbelsäule ok na ich ok ok hier ist jetzt auch nix drin na dann ist er gut die Küche da ist der mal mit so so klar da ist die Tür das habe ich schon gesehen Kronkorken Schachbrett also jetzt mal ehrlich die haben ja mehr Drogen als sonst was gehabt he die Schüler da halt nach unten gucken sehr kleine Junkies hier ha Kaugummis ok Schlüssel zum Büro des Reaktors ja pfff nehmen wir doch alles mit hm Finger weg ha ha ich bin ich bin drin äh ok ah ok Tanner ist ein Arsch Update interessante Entwicklung ein geheimer Plan ah wie ich wie ich geahnt habe lässt Tanner äh seinen Bürotür unverschlossen wenn er aufs Klo geht ich konnte mich reinsch ups Schluckauf reinschleichen äh und eine Tonabdruck Tonabdruck das Schlüssel machen den Ton habe ich mir im Kunstunterricht besorgt gestern bin ich mit meiner mit den also mit mit einem mit meinem neuen Schlüssel in sein Büro und habe mir sein Terminal angesehen außerdem habe ich mir seine Mentors Vorrat also sein Mentors Vorrat geholt ja seine Aufzeichnung habe meine Theorien bestätigt er hat durch die bessere Prüfungsergebnisse mehr Zuschüsse bekommen die er hauptsächlich für sich einsteigt jetzt habe ich was ich brauche ich habe ein Treffen mit Tanner im Lehrerzimmer der Bibliothek arrangiert ich mache hier die meiste Arbeit warum sollte ich nicht auf was von dem Gewinn profitieren dann kann ich mir endlich das Teleskop kaufen das ich die ganze Zeit wollte ok achso das war jetzt die Küche hier dann gucken wir mal schnell hier in den Raum rein was 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 passiert alles verbüßtet ich mir hängen deine Angebeide um den ich hab das alles in den du ach super Mutant Ach, ja, ja, ich bring dich gleich um. Oh, gut, das... So, Lasergewehr, Vorschlagshammer. Was schreist du denn so, mein Großer? Der ist da oben, wir sind hier unten. Alles, Roger, alles okay. Stahl, Holz. Ihr Menschen, so dumm, so schwach. Ja, wir Menschen, so dumm und so schwach. Okay. Was war hier aber noch? Genau. Ja, dann habe ich dich halt echt mitzunehmen. Dann hau rein, hau rein. Das war von einer Dings... Oh, eine Drohne. Was? Halt. Kaliber 50, das ist gut. Stell dich mal nicht so an. Ja. Alles wiederverwertet. Töten. Alles wiederverwerten, ja. Außerdem, ich nehme ja nicht... Ich esse nicht hier die menschlichen Sachen. Also. Halt. Eine Nutra-Cola. Fusionszelle. Okay. Leiden, leiden und bluten. Ich höre Zeug, dass gar nicht da sei. Ähm... Was war das? Äh, nur ein... Achso. Nur ein Messer. Endlich stehenbleiben, blöder Mann. Boah. Oh, da hatten wir einen kleinen Sophie als Lehrer. Das kann man nur als uns gehören. Nein, mir. So. Geh hier rüber. Okay. Auch abgeklärt hier oben. Okay. Okay. Du würdest echt Stress machen, ja. So. Und? Findest das toll? Ah ja. Okay. Das müssen wir nicht mitnehmen. Nichts gewesen. Äh. Ja, den Sofa hauen wir uns in den Kopf. Irgendwann hauen wir uns hier einfach mal die Binde richtig voll. Ey, die haben so viel Stoff, ey, hier gehabt. Die Leute. Die waren ja wahrscheinlich am Dauerharzen hier. So, okay. Ähm, hier haben wir... Okay. Hm. So. Aha, I... Ih. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Boah Was auch immer er für eine Kanone hat Die will ich haben Aber wie gesagt, wir gucken hier nach Munition IV Blut Es gibt alles Holz Diese kleinen Würfel Wenn die schon noch mehr rumliegen, geil Holz ist mega wichtig Für meine Projekte Nein Ach scheiß doch die Bude voll Du kannst ruhig da rumspielen, kein Ding, ich suche nur Holz Ja Deswegen mein großer, also Ich bin leider sehr auf Holz angewiesen Oh Mann, das Ding wurde ja so richtig hochge- So, ähm, ne Geil Und wir haben ein neues Huhu Und Krognack Yeah Und Silberschroud ist da drinnen Hier Silberschroud Krognack Die drei kenne ich nicht, aber ist egal Du erhältst dauerhaft eine Chance auf 1% Den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden Okay Cool Cool, 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 cool So Das nehmen wir mit Nehmen wir mit Flux Sensor Oh, ist was anderes Okay Plasma Okay Ja komm Achtung, jetzt kommen gleich bestimmt ganz ganz viele, ja Super Mutanten gleich um die Ecke Weil die alle hier rein wollen Und uns nochmal auf dem Rückweg die Fresse polieren wollen Weil die Hälfte, ja, noch draußen war